Hallo, da hat's gerade noch ein Tischliess für euch. Komm, das haben wir aber Glück, gell? Ja. Komm, warte noch. Letzte Woche habe ich diesen Film gesehen. Wunderbar! Mit Humphrey Bogart und Dims. Wie heisst sie? Hast du auch geschaut? Weisst du, was da in Marokko auf dem Flugplatz steht? Schwedin. Greta Garbo. Nein, nicht Greta Garbo. Die anderen? Astrid Lindgren. Das ist doch die mit den Kinderbüchen für die Kinder. Binocchio und Räuber Hotz und Blut. Die anderen? Die Mutter von Isabella Rossellini. Das kommt mir nicht mehr in den Sinn. Der Vater ist Regisseur. Hanfrey Bogart und... Der Vater ist Regisseur. Ja. Hanfrey Bogart und... Ingmar Bergmann. Genau. Hanfrey Bogart und Ingmar Bergmann. Er hat ihn nicht mehr als Vater von der Leif Ulmann. Die, der immer so streitet. Nein, nein. Der, der immer so streitet. Das ist Lys Feller. Die hat nicht nur im Film mit ihr gestritten, sondern auch im richtigen Leben. Wie heisst der? Wer? Ihr Mann, der, der sie viermal gehiratet hat und immer so bespritten. Burt Leicester. Nein. John Travolta. John Travolta, das ist ja der Sänger von den Bee Gees. Wer sind Bee Gees? Wer die Musik gemacht hat, zu dem Film, wie hat er geheißen? Die drei, die so hoch singen können. Die drei, die so hoch singen können? Das ist Luciano Pavarotti, Francisco Domingo und Julio Inglesias. Sie haben das Konzertteil letztes Jahr. Wie hat der Film geheissen mit den drei, die so hoch singen können? In den Dingsdats, New York, in der Metropolitan Station. Und dann ist doch noch der Schwarz gekommen, der auch so singen kann. Metropolitan Station, das ist ja eine U-Bahn. Der Schwarz da, der auch so singen kann. Der mit den langen Haaren. Jimi Hendrix. Der ist schon lange gestorben. Der andere, der auch so viel gestorben ist. Mit den Film aus den 50er Jahren. Der, der so jung gestorben ist. Der mit den Jugendrevolten. Marlon Brando. Quatsch. Das ist ja fünfundig. Irgendwas mit Adam. Was immer so zum Auto ausgepumpt sind. Wer so zum Auto ausgepumpt? Ja. Sie sind doch immer so zum Auto ausgepumpt. Grace Kelly. Grace Kelly. Das ist ja die mit dem Unfall und dem Prinz. Die mit dem Unfall und dem Prinz. Das ist die Lady V. James Dean. Oder Dean. James Dean hat er geheissen. Ja, der hat mir noch gefallen. Der, der heute so spielt, der gefällt mir auch noch. Weisst du, Willis? Der mit den Scientologen. Der hat eine Freundin, die gleich heisst wie er. Tom Cruise. Genau. Und wer heisst die Freundin? Was weiss ich. Wenn er Cruise heisst, heisst sie wahrscheinlich auch Cruise. Aber vorne. Etwas Griechisches. Aus dieser griechischen Sage, die James Dean das Buch geschrieben hat. James Joyce. Wer heisst sie? Briechisch? Ja. Jackie Onassis. Jack Onassis? Quatsch. Jack Onassis ist die Frau von dem, die Präsident gewesen ist. Ronald Reagan. Und der hat in dem Film mitgespielt von der Cary Grae, nein, der Cary Cooper, der Clark Gable. Olivia Newton-John. John Travolta und Olivia Newton-John, eigentlich einfach John. Wie hat der Film geheiss mit dem John Wayne? Newton? Ist das nicht der mit der Schwerkraft? Der mit dem Öpfel, der immer nach unten geht? Der mit dem Öpfel hat Wilhelm geheiss. Der mit dem Helm zählt. Iisalk hat der Scheisse mit dem Öpfel, Iisalkstern. Ernst? Einmal etwas Jüdisches. Ah ja, wie der Kleider, der Rothöring mit der dicken Brille, der Stadtneurotik. Guppi Goldberg. Guppi Goldberg, jawohl. Also Guppi, richtig, aber Goldberg nicht ähnlich. Du bist nicht Berg, Bergmann. Da weisst du beim Film so einen Bergmann. Der mit dem Hingmann, der Mann von den Dings. Da heisst sie die Schwedin, Birgit Nilsen. Ein anderer Bergmann. Der Mann von den Nilsen, das ist ja der Schwarzenegger. Bergmann, Bergmann. Du weisst den Louis-Trekker. Ingrid Bergmann. Ingrid Bergmann, genau. Ingrid Bergmann, wunderbar. Letzte Woche am Fernseher. Hanfri Bogart, Ingrid Bergmann, der ist auf dem Flugplatz stehen. Und jetzt haben wir es doch noch rausgefunden. Haben wir es doch noch rausgefunden. An dem Ort, das Marokko, Addis Abeba.